hallo hier ist der martin von meinem bank hier ist das die dax-analyse für nun dienstag den 30 januar 2024 ja unser dax der hat sich hier heute ganz schön eingegelt steht auf der startbahn schon in die richtige richtung positioniert aber das war ganz schön träge ganz schön langsam wenig bewegung auch insbesondere über den tag zum schluss kam jetzt dann noch mal ein kleines stößchen nach oben ansonsten wäre das wohl so eine richtige nullnummer gewesen wir hatten uns gestern angeguckt haben auch schon mal über die verkeilung gesprochen ich hatte deswegen extra gesagt dass er grundsätzlich unter 29 leicht abwärts tendenz kriegt aber ich habe auch wirklich gesagt ich will auch wirklich jetzt die 850 sehen weil ich mir schon vorstellen konnte dass er sonst wenn man 29 ist als short trigger benutzt er das dann wieder bloß umdreht wie am vortag diese 880 nach unten wieder umgedreht wurde dass er das dann umdreht und wieder nach oben läuft wir hatten auch über die obere kante glaube ich schon gesprochen haben wir gesprochen oder nicht gesprochen wir können sie mal rein malen bin mir jetzt gerade gar nicht mehr so sicher dass man dort genau hingucken sollte wie er sich verhält und er ist jetzt genau ran gelaufen ja also die untere müsste man jetzt quasi nachjustieren jetzt soll man jetzt hier so ich sag mal im zweifel sogar so nehmen ja das wäre dann unsere bärische verkeilung wenn es denn eine wird ja weil so ein muster ist natürlich immer erst wichtig wenn das dann natürlich vor allen dingen auch in die bewegungsrichtung aufgelöst wird ja also die bärische verkeilung wäre jetzt in dem sinne hier jetzt interessant zu beobachten wenn ein neues hoch abverkauft wird guckt man sich dann die untere kante ganz genau an und wenn die untere kante dann nach unten auflöst sagt man die bärische verkeilung ist aktiviert und würde dann in ihre ziele reingetradet werden können ja im stand hier muss es jetzt noch ganz zwangsweise eines sein ja das könnt ihr jetzt relativ einfach rausnehmen indem man zum beispiel am montag am dienstag jetzt über die obere kante drüber gibt ich würde sie daher mal ein bisschen ich würde es mal drin lassen aber ich würde es ein bisschen dünner zeichnen ja und damit muss morgen noch mal in der beobachtung drin haben können wenn der aber jetzt klar und deutlich am dienstag oberhalb der 17.000 notiert und handelt sollte man sich bewusst machen dass wir nicht nur auf neuen allzeithoch notieren ja wobei was heißt nicht nur dass man sollte sich die bedeutung dessen halt bewusst machen es ist dann ein kurs an dem der dax noch niemals gewesen ist das heißt es gibt schon mal gar mehr auf so einem bereich näher da sitzen wir oft da und sagen ja wenn er von unten irgendwie an dem bereich kommen wo oft gehandelt wurde und so weiter und so fort dann hat also technische reaktions marken die ihn noch mal unten drücken können das hat er ja oberhalb des alten allzeithochs nicht mehr da gibt es solche markt nicht wo schon mal einer gehandelt hat und auch eine schieflage liegen hat das gibt es nicht ja und deswegen kann er im grunde oberhalb von so einem allzeithoch auch wieder einen guten meter laufen ohne probleme weil er kaum widerstand hat ich jetzt muss ich mir doll auf die zunge beißen nicht kein aber kaum widerstand hat ja und deswegen würde ich oberhalb von 17.000 ihm raum geben hier noch ein tagestart haben wir 17 55 drin dann haben wir in der 17 1 20 17 200 17 2 50 das sind so die nächsten etappen station auf der oberseite die erreicht werden können wenn er sich oberhalb aus der verkeilung rauskriegt sollte aber direkt aber jetzt hier oben schon ein drittes mal dran direkt wieder nur von einem neuen hoch jetzt abverkauft werden wieder mal aus diesem bereich hier wird hier schon deutlich abverkauft hier deutlich abkauft hier deutlich abkauft würde zumindest erwarten dass wir zur unterkante laufen die liegt im bereich um 900 und wenn die 900 dann nach unten gerissen wird dann geht die 8 50 hier noch mal anklappern dann zuckt er von mir nur einmal kurz hoch holt schwung und legt sich dann hier runter auf ich sag mal ja 67 37 mit der option dann auch das gäbe doch zu schließen und dann wären wir wieder hier unten und können damit die pfeile so wie sie sind eigentlich alle komplett stehen lassen aber macht euch eben bewusst oben allzeithochs ja rekordkurse im dax das heißt der deutschen wirtschaft gibt es so gut wie noch nie wenn es denn nach dem börsenbarometer geht nämlich der stimmung der anleger haltet euch das vor augen und preis ist ein bisschen mein also man sollte auf allzeithochs mit short ist halt immer eine so eine sache sollte man sich wirklich dann entsprechend ein bisschen zurückhalten am start kann es manchmal funktionieren dass man wenn man aufwärts geprägt oder so und man merkt dass aufwärts gibt das wird nicht angenommen sondern dass das gibt um er wird ein exhorsten gibt und der markt fällt zurück dann kann man sowas probieren aber ansonsten hier so in grüne kerzen wenn man noch mal stoßkraft nach oben rein kommt das macht man im aufwärtstrend nicht mehr auch jetzt hier so am abend wenn ihr seht da kommen lange grüne kerzen rein das sind nicht situationen wo man jetzt long gehen short gehen sollte das machen aber instinktiv viele ist aber verkehrt macht man nicht weil sowas tut in der regel dann einfach weh haben wenn du in der trendfortsetzung auf die dynamischen kerzen short gehst dann sitzt du in der regel erst mal eine ganze weile im minus und das muss nicht sein das genau verkehrte takte aber gut das ist eher seminar stoff gehört ganz schön die morgen analyse rein ist aber vielleicht doch wichtig für den einen oder anderen noch mal so vor augen reisen zu kriegen ja und daher sind die ziele oben klar unten klar muss das klar bewegungs also eigentlich ist das relativ eindeutig hier momentan oder denke ich wir haben es gar nicht so schwer haben zum dienstag wünsche euch deswegen gutes gelegen viel erfolg und dann hören wir morgen wieder bis dahin tschüss